Oracle, ich brauche einen Weg zur Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. Ist das Einsatzteam bereit? Ich bin jetzt bei Ihnen. Das ist ein wichtiger Teil meines Plans. Enttäusche mich also nicht. Ich enttäusche niemals. Was denkst du, was Sie vorhaben? Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Neid. Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow. Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow. Batman, ich habe eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt. Ich überprüfe das und melde mich dann. Hast du das gehört? Hat die Runden noch mit dem? Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Lasst dir keine Angst einjagen. Weiter im Nacht. Aber er fährt einen Panzer. Ein Auto. Das wie ein Panzer aussieht. Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Ma... Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer. Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem alttraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Badmans Versagen. Einem Moment der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandelt. Ich muss die Verladung mit Evikalien in die Mischkammer steuern. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Was war das? Ich wusste, es war keine Einbildung. Ich weiß, du bist da. Was war das? Ich weiß nicht, ich kann unterdrücken. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nordstein. Technikationsradius beim Rheilspazier heilen und anschneiden. Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen. Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen. Was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Ben. Ähm, auf unser Wiedersehen. Habe ich mich schon gefreut? Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da. Sofort. Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt, Zoo, wie ein Familienmitglied zu verlieren, um nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verkleinern. Diese Kanister sind hoch explosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Peter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sir, hören Sie mir zu! Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen! Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius auf 50% reduziert. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie! Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Skurten geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist! Leb wohl, Herr. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% erhöhen. Hast du mich vermisst? es Windisch? I 히 Untertitelung des ZDF, 2020